Liebe Fahrgäste, Zugverbindungen dieses Bahnhofs sind aktuell von Gauabweinung getroffen. Es kommt zu geänderten Fahrzeiten oder Zugausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Verbindung vor Reiseantrieb online oder telefonisch unter Nr. 577. Fahrgästeig 3, Zug von Leopoldau fährt anstrengend. Diesen Zug fährt als Rechtsanzeigen in Maidim und weiter nach Nr. 9.00 Uhr. Eine Information zu S2 nach Wolkersdorf, Abfahrtszeit 14.05 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich 5 bis 10 Minuten später ab. Bitte beachten Sie, dass sich Verspätungen auch jederzeit verändern können. S2 nach Wolkersdorf, Schädel Depart. Die Fahrtzeit 14.05 Uhr wird ungefähr 5 bis 10 Minuten später ab. Bitte beachten Sie, dass die Veränderungen auch möglich werden können. Sie können auch jederzeit verändern. Fahrzeugdorf! 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 Vielen Dank.